Hi, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Smoker, willkommen zur sechsten Folge von The Last of Us Part 1. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie wir von irgendwelchen Huntern angegriffen wurden. Und da müssen wir jetzt durch den Gebiet durchschlagen und da werden wir jetzt weitermachen. Also legen wir uns mal mit den Huntern an. Let's go! Wie viele sind's? Ah ja? Manchmal muss man sich's echt verdienen. Ja, vielleicht. Wir wollten gerade aufgeben, als sie angefangen hat zu schießen. Nämlich. Sie hätte entkommen können. Zwei haben sie beschäftigt. Ich habe mein Gewirr geschnappt und sie ins Visier genommen. Bang! Das war's. Mist. Du hättest sie leben lassen und zu einer von uns machen können. Nein, niemals. Die Göre, die hätte uns im Schlaf getötet. In dem Moment nur Dreier. Als ob der das mitgekriegt hätte er. Da drüben ist jemand. Ey! Der drüben! Unter dem Ziel! Alter! Und Arschloch! Nein, zuerst du. Der Revolver geht mit der Munition langsam alles. Muss noch jemand sein. Der ist hier drüben! Im Haus war noch einer. Mariethaarflyer. Sammelobjekt ansehen. Könnte immer noch jemand sein. Na, Tatsache. Hat eine Schrotflinde. Oh. Ich krieg mich aber nicht mit. Immer mit der Ruhe. Oh Mann. Ich glaube, der hat vorhin bei einem Rennen mitgekriegt, der einer. So, schauen wir uns noch mal um. Haben wir doch zum Beispiel schon was. Auch Himmel verflut. What? Oh. Hier liegt eine Leiche. Jetzt noch eine. Wie viele sind das denn? Was noch einer? Ich glaube, ich muss mal mein Radius echt erhöhen. Nicht eigentlich auch die Schulter wechseln? Nee. Gar nicht gut. Vorsicht! Hier ist noch eine Leiche. Verteilt euch! Na komm. Da drüben! Den muss ich noch üben. Den hab ich gehört. Den hab ich gehört. Ein Blut. Alter. Bitte was? Nein. Nochmal alle. So nicht von vorne. Wie viele sind es jetzt noch? Ich hab den Helm weggeschossen. 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 Bei links redet noch einer. Wiedersinnert das hier. Wollen? Hier ist er! Hinter den Regalen! Hier. Bitte was? Huh. Langsam regt ihr mich hier auf. Der Vorteil ist auch nur die Masse, die ihr seid. Ich finde, bei den Infizierten bringt der Wandblick bedeutend mehr. Wo sich die Entfernung ja gar nicht geändert hat. Als ob der noch lebt. Gut. Ich gebe Deckung. Okay! Spieß doch! Die wollen hier echt Krieg. Den können sie haben. Den können sie haben. Das werden ja immer mehr! Ja! Das ist gerade eine echte Scheißstelle. Das sind viel zu viele Leute. Geht jetzt mal anders hin. Und sie treffen immer so gut, ey. Da kommst du her! Woher jetzt? Gott. Dreck! Und bei dich geht das gleiche, Junge. Mautzer! Das war eine Scheißstelle! Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Ich weiß, das hätte man besser lösen können, aber das war mir gerade echt zu doof. Wie viele das auf einmal waren. War echt uncool. Das hat mir ordentlich Munition gekostet. Ah, es geht noch. Holten Mongos. Ja. Du musst es schon nehmen. Ja. Ich würde halt die Rauchgranate mal nehmen können. Okay. Machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei kannibalen essen ein Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Wow. Hä? Da. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Fragt ein Pferd in einem Blumenladen, haben Sie auch mal geritten? Toll. Verstehe. Wow. Das war schlecht. Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Hahaha. Oh Mann. Jetzt habe ich Hunger. Geh nie tief ins Wasser. Da tief. Papierst du den? Natürlich nicht. Ich war süchtig nach Seife. Jetzt bin ich clean. Okay. Den kannte ich noch gar nicht. Okay. Ausgewitzelt. Und jetzt? Jetzt hat jetzt eigentlich jemand mitgezählt, wie viele das waren. Zu viele für meinen Geschmack. Aber gut. Beim nächsten Mal mache ich es anders. Äh. Ich glaube ich nicht lange, aber ich gucke mal hier. Ich glaube wir müssen die Treppen runter. Das hat sich doch schon gelohnt. Geht tief ins Wasser. Da... Dati. Das ist dumm. Noch 3 Soldaten to... Was? Noch 3 Soldaten tot, das muss denen noch passieren. Gebt auf! Oder muss ich nicht lange? Mann... Es ist doch verrückt Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute die protestiert, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Gut, ich glaube, da hinten muss ich lang, also gehe ich nochmal hier in den Keller. Oh, was da noch ist. Ich habe mir da hier einen geheimen Vorratslager. Was ist das eigentlich für ein Gebäude, ey? Ich bin jetzt auch nur wieder unten. Den Bereich war ich aber noch nicht. Ein Zettel. Obers McKenzie, Atlanta, QZ. Sir, nach 14 Monaten ist diese kleine Revolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren und sind offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden wir alle getötet. Ich erwarte Ihre Befehle, Captain Astros. So, würde ich jetzt sagen, haben wir jetzt hier alles erkundet. So, ja. Geh mal hinten weiter. Darf ich jetzt alle? Mal sehen, wie viele da noch kommen. Mal sehen, wo sie hinführt. Da den Zaun war, hier kommen wir nicht. Oh. Bisschen verfehlt, aber okay. Äh. Ich glaube gleich, bestimmt gleich noch welche, oder? Runter, 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 runter. Runter, runter, runter. Da sind noch mehr. Okay. Die haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Der wird Starlight. Der Film. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir rauf hilfst, kann mich das gut bewegen. Irgendwas. Okay, ist hier Geheimweg. Okay. Okay, den Weg können wir schon mal ausschließen. Wir haben wohl Leute gewohnt. Heute Abend geht es los. Wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Ich habe ein paar Vorräte in den Regal Apartments versteckt. Sie sind mit einem roten X markiert. Okay. Wir machen uns mal. Verarsche. Schränke aufmachen und dann ist leer. Guter Kaffee seit 1976. Da hinten, ja. Die haben da gerade irgendwelche Leute erschossen. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Ähm. Okay. Leg das Brett so hin wie die. Vielleicht tauchen. Cool. Äh. Okay. Jetzt musst du nur noch irgendwie hoch. Den Weg haben wir auch schon gefunden. Oh, wie das stinkt. Ja, verfautes Holz. Warst du früher auf den Cafés? Oh ja, andauernd. Und was hast du bestellt? Nur... Nur Kaffee. Kaffee, ja. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Weiß nicht. Sieht munitionsmäßig aus. Alles nachgeladen. Hält die nicht. Na dann. Alles klar, Ellie. Komm runter. Ah. Wow. Edel. War ein Hotels was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Nein. Nein. Das war viel zu teuer. Oh. Das war bestimmt schön. War's mal, ja. Ich denke, wir müssen noch auf rote X Markierung achten. Oh, jetzt ist es safe. Ah, den Code haben wir noch nicht. Nein. Über, nein. Geht's, Alter. Ach, ich vermisse Kaffee. So, weißt du, wann du den letzten Kaffee hattest? Bestimmt vor 20 Jahren. Wir müssen hier hoch. Was? Ich geh erstmal hoch. Gibt's dir was? Denn nö. Was? Wie sind die da hochgekommen? Hey. Hinlegen. macht mehr Sinn. Und jetzt hoch. Okay. Was? Sehr gewagt hier rumzulaufen. Sieht sehr baut fällig aus. Vorsichtig. Ja, da ist vor allem. Hau um Mist. Runter, runter. Wie viele sind das jetzt? Fünf diese Woche. Kein Grund sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch. Hier war seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich. Und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay. Wie auch immer. War bei ne Stunde, ey. War ja noch. Hast du noch mehr? Ist da irgendwas vor hier? Da! Ich habe es aufgemacht, aber nicht rausgenommen! Puh! Irgendwas vor hier.. Ja! Ich habe es aufgemacht, aber nicht rausgenommen. Ich hab's aufgemacht, aber nicht rausgenommen. wasser nicht so groß ist? Kann auch noch. Oben? Okay. Oben? Hey, Munition. Es war knapp. Oben? Die anderen sitzen hier unten alle. Echt mal das Ding so weiter. Wie brauch ich denn? 20, ja. Komm mal 10. Komm ich nicht hoch. Von hier komm ich ja. Ja? Genau. Ah, zwei die Flaschen. Komm mal hinten hoch. Hier geht's hoch. Ich hab mal den Safecode noch nicht gefunden. Na ja. Da ist wahrscheinlich nur 50 Waffenteile drin. Der hat zwar nett, die gehabt zu haben, aber na ja. Der Typ bin oder war das der? Ich glaub nicht, dass das schon alle war. Ich glaub nicht, dass das schon alle war. Ich glaub das auch noch was. Ich glaub das auch noch was. Das war's noch immer noch nicht. Ja, ich hör's auch. Ah. Ist eigentlich nicht gut mit den Fersern hier überall Feuer anzumachen. Ja. Da ist noch mindestens einer. Da ist noch mindestens einer. Da ist auch noch. Wecken. Sieht doch noch einer. Ne, doch nicht. Der ist echt groß. Nein, Gott, also dieses Kapitel ist echt voll mit Gegnern. Oh, schrecklich. Sie haben es sich leicht gemacht, hm? Kann man nicht sagen. Für viele war das besser, als auf einen Klicker oder einen Jäger zu warten. Glaub mir, leicht ist anders. Gut, gut, gut. Was sehen, wie viel es noch sehen? Gut, dass ich mich nicht gehört habe, als ich gelaufen bin. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier raus müssen. Ich denke, gehe ich nochmal hier den Gang lang. Ist da jemand? Nein. Nein. Das Hotel ist echt groß. Das geht doch nach oben. Ernsthaft? Dann geht es da vielleicht doch nicht, war da? Schauen wir mal. Hier ist nur so eine Art Balkon. Oh, hier ist auch nichts. Dann müssen wir hoch. Hey, hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Warte, lass mich das aufmachen. Wir haben wieder oben alles voll. Bin ich gut. Hier fehlt mir Sprengstoff und da auch. Mal sehen, wo wir landen. Das war sehr gewagt. So, mir was zu hochklettern, okay? Los geht's. Okay. Oh. Hier geht's gut. Alles okay? Nein. Du hast mich zu tode erschreckt. Nein! Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Ich versuch's! Jetzt sind wir getrennt. Wohin jetzt? Aber ich find's erstaunlich, dass er den Sturz so unbeschadet überstanden hat. Er sah schmerzhaft aus. Sehr sogar. Das sieht gut aus. Ich glaub da hinten war ich noch nicht. Alter, bleib mich doch nicht so. Tauchen mal. Da war jetzt glaub ich die Tür wo ich eben davor stand. Bin ich scheinbar richtig gegangen. Alles voll. Ganz so ein bisschen der Horrorabschnitt hier. Ich muss irgendwie das Tor umgehen. Ich muss da respekt. Und dann geht's. Oh, ich... Nein von hier kam ich ja. Was ist denn auf den Weg? Nee. Komm noch mal zurück, ja? Komm noch mal zurück. Oh, lol. Okay? Verdammt. Sporen. Natürlich. Eigentlich war es schon zu spät, dass er die Maske aufgesetzt hat. Oh Mist! Natürlich. Clicker. Ich habe es ein bisschen zu spät, aber ich bin es ihm gefördert. Ich bin es ihm gefördert. Ich habe es ihm gefördert, dass es ihm gefördert. Ich mache es ihm gefördert. Und er ist ihm gefördert. Ah, wo sind sie? Das ist gut. Hat die Stanz mal ein bisschen erhöht? Hm, so viele Wege. Das ist aber lecker hier. Okay, ich muss hier lang, aber ich würde gerne mal da hinten gucken. Waffenteile wären nicht schlecht. Und Munition natürlich. Die Gehäuse hier überall. Hupfui. Steckt Salewinsky. Palcrant. Hattest du Sicherheitstür? Okay. Brauchte ich die? die gab es ja noch das sind die ganz flinken die sich anschleichen das war knapp Aaaaaaab! Ach man... Boah, die Scheiße, die Dinger! Ich wüsste die Karte anscheinend sogar holen. Ja, ich kann noch mal holen. Natürlich? Natürlich! Das war frech! Genau, wenn ich Waffe wechsle, kommen die auf einmal... Mein Gott, schlag doch zu! Kann ich mich heilen? Ich bin hier! 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 Dann los! Babbel weiß den Weg! Na bitte! Ich bin hier! 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 das hält beim clx erwischt gemacht gewissen heute nicht du heute nicht okay schwärmt aus und sieht nach ob hier noch welche von denen sind ich weiß ich den gibt es hier echt viele okay Ich werde mir aber mal ein Medi-Pack geben. Das könnten die letzten beiden sein. Unauffällig. Oh nein, 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 nein! Nein! Leiche! Ja, deine. Was war das? Nichts. Ich werde paranoid. Reinlich. Ah, die Klappe. Nein, 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 nein. Leider, um da hochzukommen. Okay. Ja, ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder zu Ende. Geht echt schnell bei dem Spiel. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei The Last of Us Part 1. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, haut rein! Euer Smoker.